hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu einem neuen video wir spielen heute was spielen wir heute julian du bist nicht jürgen okay hey leute hey leute wo ist der hühnerstall wir kommen wieder zurück als erster das ist und das ist das ist ein Schattenhuhn und ich bin nun ich bin immer ich auch hier hinter dir das Topf ich bin das Topf wir wollen es sind können wir nicht nehmen wenn ich ein Typ auch das ist einer ja dann bist du jetzt mal da hinten sind Töffel da hinten sind Töffel ich bin top ich bin top ich bin top wo denn dann um zum scheißhaus ja dann komm zum blauen Haus das ist geil es gibt kein blaues Haus zumal es im blauen stand das ist kein Haus oh hi julian ich will mich auf den Baum lassen r und dort wird es geht übrigens gar nicht mehr dort ist die Schicht Hallo seid ihr das ja wir sind du bist aufwärtig oh ja ich hab's kommt auf dem Baum wir haben wir sind Töpfe auf dem Baum den Baum den Böhm den Böhm oh da ist ein das sind die Töpfe ich bin ganz oben komm hier rüber komm hier rüber zu mir hi da steht nur in der Gegend rum macht nix ja dann schießen wir ihn ab ich treff mich irgendwie nicht ich treff den gar nicht jetzt sind hey ich treff den nicht er kann Han Nein ach ja das leckt ja jetzt geht es jetzt treff ich ihn nicht mehr oh seht ihr die Pfeile eigentlich wei das was das meinte das nein er ist im haus ich kann ihn nicht mehr treffen ich aber wir sind die Mörderzöpfe dadadadadadadadadadadadada kann man eigentlich so ein Blatt auch werben ok Das wäre ein bisschen OP. Oh, der guckt jetzt gleich in unsere Richtung. Der denkt, wir sind bei den Bücherregalen jetzt. Die probieren sich gegenseitig zu töten. Typisch Seiko, ganz ehrlich. Habt ihr eigentlich ne Diamond Arct? Ne. Ne, noch nicht. Ich hab ne Stein. Oh, guck, der kommt! Oh nein, der hat uns gesehen. Ich soll den nur ausabschießen. Der kommt, der kommt. Leck. Junge, jetzt leckt's richtig. Ich hab die Axt, ich hab die Axt. Oh, der ist einfach runtergefallen. Der war keine 10 Sekunden mehr. Hilfe, 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 Hilfe. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Sorry, wenn ich halb tot bin. Ich war auch halb tot. Und wir sind Sieger. Oh, ich bin der Einzige zu überleben. Der ist schnell weg hier. Junge, bei mir leckt's aber auch extrem. Ich kann die ganze Zeit rumlaufen. Und ich kann kein Kid auswählen. Alter, das ist ein Schäßleck. Das ist ein Schäßleck drauf machen. Nee, hier gibt's keine Kids mehr. Der steht hier nirgends. Oh, hier sind 10 Sieger. Hier sind nirgends welche, wo ich was ändern kann. Okay. Geiles Spiel auf jeden Fall. Welche? Nein. So, meine Freunde. Wir schneiden jetzt in ein anderes Spiel rein, weil ich das nicht leiden kann. Der kann die Color Bombs klauen. Ja, aber trotzdem nicht während Aufnahmen und so. Da machen wir alle gleiches Kid. Das ist schon scheiße. Ich hab jetzt mir noch eins gekauft. Weil es ist ein Gemeinscheiß mit Kids eigentlich. Nein, wenn jeder auch eins hat, dann nicht. Kai holt sich so'n blödes TNT-Ticket. Ich bin los. Wunderbar. Du holst dich das TNT-Ticket nicht, der hat das. Also, Junge, Björn leckt durch die Gegend. Ich hab nicht... Björn leckt? Du leckst bei mir. Du leckst bei mir hier. Bei mir leckst du. Hilfe, da ist ein Gelber in meiner Bay. Hey. Arschloch. Uiuiui. Kann ich mir helfen, bitte? Nee, warum soll ich nicht? Er hackt easy rum. Er hat mir runtergeschossen. Echt? Ja. Doch. Geht dann. Noch ein. Hey. Oh, klar. Oh, was war denn das? Wir waren das jetzt. Ich bin nur ins Loch gefallen. Der Gelb zerregt so auf. Ich bin nur ins Loch gefallen. Alter. Ich hab nur noch fünf Tote. Also, der macht das. Das zieht hier nicht mal. Was? Sauber machen. Sauber. Sauber. Die knallt ganz da gegeneinander. Hallo. Ich brauch ein bisschen mehr Leben, Maun. Du stehst, du doch. Wo bist denn du? Nein. Der Gelb wäre schon wieder. Guck. Alter. Du hast echt... Alter, das ist überhaupt... Nein! Nein! Doch! Oh! Julian! Welches Team bin ich eigentlich? Ich bin grün. Ich bin ab 6 Leben noch. Ich komme mal in deinem Facebook-Bier. Nein, ich habe nur noch 4 Leben. Pssst! Pssst! Ey, komm, jetzt gehe ich nur noch auf Dürren. Das ist mir scheißegal, ich gehe aus Böre und Böre raus. Junge, der Gelbe regt so auf. Dann töte denn mal, der hat 10 Leben. Töte du ihn doch, Junge. Du hast 8 Leben. Töte ihn doch. Du bist hier denn mit am 2. meisten Leben? Joa. Ich will jetzt Böre töten. Ey, ich habe nur 5 Leben. Dank mir hast du 5, sonst hättest du 4. Ja, also. Ich will doch mal in Roman Westbaum. Ja, aber ich will das nicht. Ich habe. Jetzt schießt er schon wieder so eine... Tja. Danke Marvin. Ich habe den nicht ein einziges Mal getroffen. Aber ich nicht fast. Junge, wie schnell läuft der? Schnell. So schnell. Fast abgepackt schnell. Fast abgepackt schnell. Komplex Julian, ein Prus sich. Ja, du bringt mich hier richtig auf. Alter, wie schnell. Der hat irgendein Spielkit. Ach nein, Junge. Ich bin in meiner Welt. Junge, was schießt du jetzt zu mir? Junge, der hat was gelaufen. Als ob. Komm her. Nein, Junge. Joa. Ich gehe nur noch auf Julian, Alter. Komm, lass zusammen fühlen, ja. Ja, okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt sind wir quitt. Ja, okay. Dann lass alle auf, Björn. Nee, lass auf den gelben Junge. Der regt richtig auf. Nee, der hat's im Leben. Ich trau mich gar nicht mehr. Der hat's im Maul, Alter. Warum geht eigentlich niemand irgendwie drauf? Ja, alle in die Mitte. Einfach draufschlagen. Der hat einen Enderbau. Ich weiß, der kann damit des Todes gut umgehen. Ich weiß, der kann damit des Todes gut umgehen. Oh, der Pian ist auch da. Warum bin ich jetzt auf einmal auf der Basement blau? Ich habe noch ein bisschen stamm. Warum bin ich jetzt auf einmal bei Björn? Nein, ich hatte dieses Drecksloch da in der Mitte. Warum bist du bei mir? Ich weiß nicht. Ich war auf einmal bei dir. Du hast, glaube ich, mit dem Enderbau auf mich geschossen, du Vollidiot. Ja. Erzähl. Erzähl. Der ist hinter dir, Junge. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Ja. Nein, der ist runtergefallen. Das menge ich zu. Weil mir leckt es gerade. Der ist hinter dir. Ja. Aber ich kann keine Enderbau schießen. Du musst das nicht, oder? Ja, Junge, das hast du mir auch nicht unendlich. Ja, ich weiß schon. Als ob der einfach auf mich geht. Da Björn. Guten Tag. Ich habe jetzt noch ein fucking scheiß Leben, ey. Barrikadier mich jetzt hier zu. Magst du dein Leben? Dein einziges Leben, nicht? Nein. Wisst ihr, wo ich bin? Wie? Wie? Hat der mich getötet, Alter? Hast du das gesehen? Wie? Leute, ich sitze unter der Mitte. Ich weiß. Ey, ich komme hier nicht mehr raus. Ich will nicht runterfallen. Ich will auch nicht runterfallen mit meinem Einleben. Nein! Ich bin dir runtergefallen. Ich bin mir nicht gelohnt. Ich bin mir nicht gelohnt. Aber doch noch nicht. Ich bin mir nicht gelohnt. 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 Immer dieses Loch macht das mal jemand zu. Nein! Ich mach das nicht zu. Ich hab ein Leben, ich bleib zurück. Ich hab ein Leben, ich bleib zurück. Dann 17 Leben, Alter. Wie sollen wir das machen? Ich hab keine Enderperle ohne zu stehen. Ich habe ein einziges. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich regel dich. Ich regel dich. Nicht. Marvin. Ich töte jetzt nur noch dich. Ich hab keinen Bock mehr auf, ich bau das. Auch was da? Ja, das ist eh nur noch die Runde. Keine Ahnung. Ich brauch nur einen Angriffen, wenn wir ohne den Chip. Ne, das ist jetzt auch in der Aufnahme. Und das ist jetzt so. Ja, klar, er schießt auf mich. Ich bin dafür, dass wir noch ein Bad Wars spielen. Lucky Bad Wars. Jetzt geht's einfach auf mich, der Gelbe. Wie findet ihr das? Was? Lucky Bad Wars? Nee. Hat Björner vorgeschlagen. Ich aber nicht. Marvin, du gehst dich, Alter. Jungs, selbst schuld, du schießt schon seit 10 Minuten zu mir rüber. Nein, du hättest den gelben Krat da unten abschießen können. Nee, hättest du nicht. Doch. Hättest du. Ich bin Sniper, Alter. Ich schaue zwar gar nicht zu, aber... Ich bin Sniper. Der Gelbe soll sich mal, Alter. Aber wir brauchen es bei euch noch. Ein bisschen. Ich will nicht vor Marvin sterben. Du musst vor. Als ob. Ach. Nein, Paul Marvin. Ich bin bei Marvin. Junge, da schießt du. Der Gelbe regt mich schon wieder auf. Ja. Ja. Äh. Aber da liegt ein Colorbrom hinter ihm und da sieht sie nicht. Äh. Junge, aber es liegt nur an dem Gelben, Alter. Da regt so auf. Der Gelbe lebt noch. Ich weiß. Der hat auch 18 Leben. Du kannst nicht gewinnen, du sollst einfach aufwollen, eigentlich. Ja. Ja. Okay, ja, das war's dann, meine Freunde. Wir wissen, wie das enden wird. Der Gelbe wird gewinnen. Daher. Mit 18 Leben. Weil du ihm ja noch eins spenden wolltest. Und er hat nicht gewonnen. Und, und, oh ja, er hat gewonnen. Ja, ich hab keine Erinnerung. So easy für ihn. Okay, ja, das war's noch mit dieser Folge. Niemand hört sich an, was du gerade laberst, war kein Mensch, ich ernstig für dich. Okay, ne, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Julian, was willst du mir sagen? Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.